Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge vom Zweitliga-Check. Nächste Woche geht endlich wieder die zweite Bundesliga los und somit wird es auch hier auf Kick-Off Zeit für die Saisonprognosen für jeden Zweitligisten. Und heute geht es weiter mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein Verein ist mittlerweile ein fester Bestandteil der zweiten Bundesliga geworden, die Liga vielleicht so gut kennt wie nahezu kein anderer Zweitligist und sich auch in den Jahren zuvor wirklich etwas aufgebaut hat. Fürth ist auf jeden Fall ein Klub, mit dem man jedes Jahr rechnen sollte und deswegen schauen wir heute auch mal darauf, wie stark sich der Kader verändert hat, was der Trainer, Alexander Zorniger, alles sofort und was für eine realistische Zielsaison, wie man eben auch dann bei Greuther Fürth so sagen kann. Also wir gehen rein in den Zweitliga-Check mit Fürth. Legen wir mal los, erstmal mit dem Blick zurück auf die letzte Saison. Denn die hat Fürth auf Tabellenplatz 8 beendet in der zweiten Bundesliga und damit hat man erneut und wie so oft eben auch eine sehr, sehr souveräne Saison gespielt. Denn Fürth ist ja mittlerweile fast schon ein Urgestein der zweiten Liga. Seit 1997 war man immer mit dabei, bis auf die beiden Bundesliga-Jahre 2012 und 2021. Also man sieht, dass kaum ein Verein diese Liga so gut kennt wie Fürth. Man hat immer wieder Tabellenplätze erreicht im sicheren Mittelfeld und deswegen hat man sich eben mittlerweile auch wirklich gewisse Rahmenbedingungen aufgebaut. Denn Fürth bietet vor allem auch ein super Umfeld für junge Talente. Man schafft es immer wieder, Spieler aus der Bundesliga zu sich zu leihen, diese eben dann zu entwickeln, selber dadurch eine höhere Qualität zu gewinnen. Und deswegen gibt es eben auch viele Bundesligisten, die sagen, ja, Fürth ist auf jeden Fall dafür nahezu der perfekte Verein. Und auch das stand eben letztes Jahr wieder im Vordergrund, was man auch dann zur Beurteilung des Tabellenplatzes wissen muss. Parallel hat man wirklich guten Fußball gespielt und vor der Winterpause waren wir in Topform. Danach hatte man ein paar Probleme. Am Saisonende konnte man sich dann aber wieder fangen. Also in Summe war es auf jeden Fall eine gute Spielzeit. Mit Platz 8 ist hier auf jeden Fall jeder zufrieden. Ansonsten nochmal eine ganz kurze Info am Rande von diesem Video. Wenn ihr das Video seht, ist es schon wieder ein paar Tage vergangen, denn ich nehme es gerade am Dienstag, den 23. Juli auf. Das geht leider zeitgemäß nicht anders, weil ich jetzt nochmal ein paar Tage vorm Saisonstart unterwegs bin und im Urlaub bin. Und trotzdem mal ganz kurz als Info am Rande, auch wenn man da glaube ich bei Fürth sagen kann, da wird womöglich eh nicht mehr so viel bis zum Saisonstart passieren. Denn es ist eben auch schon einiges passiert in der Kaderplanung von Manager Azuzi. Unter anderem auch erst recht bei den Abgängen. Denn dort ist Amindo Sieb weg. Der hat sich ja auch eben in den vergangenen zwei Jahren wirklich unglaublich gut entwickelt. Hat mir im vergangenen Jahr extrem gut gefallen als zweite Spitze, als hängende Spitze, auch mal als Zehner. Und deswegen war es logisch, dass der Weg von Amindo Sieb in die Bundesliga führen wird. Bayern hat die Rückkaufoption gezogen von 1,5 Euro, plus er auch dann direkt weiterverliehen. Mit Osama Hadadi ist da noch ein erfahrener Spieler gegangen, der größtenteils Stammspieler war. Nach Dibi Al-Hissin ist genauso ablösefrei gewechselt wie Leo Schafran in die Schweiz und Ben Schlicke in die dritte Liga zu Unterhaching. Lasse Schulz hat dann auch endgültig abgegeben nach Dänemark. Und dann haben wir noch mit Semir Kamatschi, der jetzt hier nicht aufgelistet ist oder nur bei Transfermark.de mit dabei ist. Einen, der eigentlich hochgezogen werden sollte, jetzt doch vereinslos ist und eben noch mal einen weiteren Abgang darstellt. Was vor allem wehtut, neben eben deinem Abgang von Amindo Sieb, sind die ganzen Leihenden. Denn bedingt dadurch, dass eben führt Talente entwickeln möchte und die vor allem auch dann per Leihen holt aus der Bundesliga, ist klar, dass du die auch nahezu nie halten kannst. Weil das zum einen finanziell gar nicht möglich ist, weil das zum anderen auch einfach gar nicht gewollt ist von den Bundesligisten. Die wollen eben dann bei Fürth ihre Talente sozusagen parken, negativ ausgedrückt, damit sie sich dort entwickeln können. Und das hatte eben auch bei diesen vier Spielern sehr gut geklappt. Vor allem bei Jonas Obek und dem 1. FC Köln. Klar, er spielt weiterhin 2. Bundesliga beim FC, ist aber dort als Stammkeeper eingeplant. Robert Wagner war ja von Freiburg ausgeliehen, hat eine richtig starke Saison gespielt. Er spielt jetzt in den FC St. Pauli auf Leibas in der Bundesliga und Tim Lemperle, ähnliche Geschichte wie bei Obek von Köln, hat auch eine echt starke Saison gespielt. Ich mag ihn sehr als Spielertypen. Und dann haben wir Lukas Petkoff vom FC Augsburg, der auch da eben jetzt eine wirklich gute Rolle in der letzten Saison gespielt hat. Also man hat auf jeden Fall 5, 6 wirklich gute und nahezu Stammspieler verloren. Auf der anderen Seite auch in der Kaderbreite nochmal ein bisschen Platz gemacht. Und somit ist auf jeden Fall mal wieder klar, Fürth baut seinen Kader weiter um. Aber das ist auch gar nicht mal so schlimm, denn in Fürth ist es man auch durchaus gewohnt, den Kader Jahr für Jahr umzubauen, Leistungsregier zu verlieren. Es geht eben dann vor allem auch darum, neue Spieler für sich zu gewinnen, neue Talente zu entdecken, die man dann entwickeln kann. Und das hat man auch in diesem Sommer wieder sehr interessant geschafft. Denn mit Noel Futkoy hat man sich einen Jungenstürmer geschnappt von Eintracht Frankfurt, der dort in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga eine echt gute Torquote bewiesen und hat wohl 250.000 Euro gekostet. Alle anderen Neuzugänge kamen eben dann per Laie oder Ablöse frei, so wie auch Roberto Massimo. Er ist der älteste Neuzugang mit 23 Jahren, ist natürlich mittlerweile ein Spieler, der auch die Bundesliga sehr gut kennt durch den VfB Stuttgart, dort auch verletzungsbedingt sich nie so richtig durchsetzen konnte und dem sich jetzt auch ganz bewusst für den Schritt zurück entschieden hat in die zweite Bundesliga. Ich glaube, Roberto Massimo kann ein richtig starker Neuzugang sein. Wenn er fit bleibt, Ablöse frei, kannst du hier beim Flexi-Mittelfeldspieler absolut nichts falsch machen. Matti Wagner ist dann das nächste junge Talent vom 1. FC Köln, den man aber nicht ausgeliehen, sondern verpflichtet Ablöse frei von der zweiten Mannschaft, ein 19-jähriger Linksverteidiger. Reno Münz kommt dann nochmal aus der Gegend von Matti Wagner mit Bayer Leverkusen, auch er war Ablöse frei zu haben, Innenverteidiger, 18 Jahre alt, kommt aus Leverkusens U19. Und bedingt dadurch, dass man natürlich Jonas Obik verloren hat, musste eine neue Nummer 1 her. Man hat natürlich schon Nils Körber im Kader, man wollte aber auch ein weiteres Top-Tanet ausländern, da hat er es eben auch dann bei der TSG Hoffenheim gefunden mit Nahuel Noll. Er ist erstmal jetzt für das nächste Jahr an Fürth gebunden. Wir haben dann auch mit Nico Grimms, ein Leihrückkehrer, der in der zweiten österreichischen Liga mit dabei war und besonders in der Vorbereitung ganz gute Chancen bekommen hat. Also der Kader von Fürth sieht schon etwas anders aus als im Vorjahr und deswegen gibt es jetzt auch nochmal die große Übersicht. Starten wir auf der Torwartposition, die erstmal relativ dünn ausschaut, mit eben dann Neuzugang Nahuel Noll und Nils Körber. Der wiederum ist ja mittlerweile ein erfahrener 2-Diger-Keeper als jahrelange Nummer 2 bei den verschiedensten Vereinen und auch diese Rolle nimmt er jetzt bei Fürth weiterhin sehr gut ein. In der APA wiederum wird es auch noch auf jeden Fall interessanter, denn die ist unglaublich flexibel aufgestellt. Vom Trainer von Alexander Zorniger hast du wirklich auf verschiedensten Positionen verschiedene Varianten. Einmal für die rechte Seite haben wir dann Simon Aster, dessen Vertrag bei Klausel nochmal ein weiteres Jahr verlängert worden ist. Wir haben Marco Meierhöfer, der rechts, links und Innenverteidiger spielen kann, plus mit Udit Mamdi das nächste, ja Jünger Talimpin, 21 Jahre, mal gucken, welche Rolle er vielleicht jetzt auch spielen wird. In der Innenverteidigung kam auch durchaus Erfahrung mit dabei durch Gideon Jung, als ehemaliger HSVer, natürlich jetzt mittlerweile auch schon ein fester Bestandteil der 2. Bundessieger, Maximilian Dietz, der sich extrem gut entwickeln konnte, plus Luca Itter, der neben Damian Michalski der nächste wirklich richtig starke Innenverteidiger ist. Genau dazu haben wir eben jetzt nochmal Reno Münz als junges Talent und eben dann drei linke Verteidiger. Nico Gießelmann, der aber auch Innenverteidiger und Sechser spielen kann, Kerem Czolanuklu plus Neuzugang Mati Wagner. Auch das Mittelfeld strotzt jetzt nicht vor Kaderbreite, aber Zorniger baut auch gerne auf einen etwas kleineren Kader, damit eben auch alle Spieler Einsatzzeit bekommen. Wir haben dort für die Zentrale eben dann Jomain Konsbruch, wir haben Philipp Müller plus Orestes Kiyomorzuglu, der jetzt grafisch nicht perfekt dargestellt ist, sorry für den kleinen Fehler, und eben dann vor allem natürlich Julian Green, der nochmal erneut verlängern konnte. Wir haben das nächste Talent mit Dennis Pfaffenroth und eben Neuzugang Roberto Massimo. Auch das Stundzentrum sieht auf den ersten Blick relativ dünn aus mit dem Kapitän, mit Branimir Rogota, mit Dennis Srebreni, die auch die zweite Bundesliga durch Paderborn bereits sehr gut kennt, jetzt ein Jahr schon entführt ist und eben Noel Fretko plus Leander Pop. Interessant wird es aber vor allem auch dann, wenn wir daraus mal eine potenzielle Startelf basteln von Alexander Zorniger, der deshalb wirklich guten Fußball spielen, gerne auch mit Ballbesitz, aber eben auch dann mit der Option auf Umschaltfußball zu gehen und deswegen ist auch Fürth immer wieder so eine Mannschaft, die extrem schwer zu greifen ist. Systematisch ist man eben auch flexibel, mal im 3-4-1-2-System, was aber auch zum 3-4-3 werden kann, ebenso auch dann mal im 4-4-2-System mit Raute, all das ist auf jeden Fall möglich. Gehen wir also mal Position für Position durch und haben im Tor eben dann mit 0 die neue Nummer 1 und Körber als sehr gute souveräne Nummer 2. In der Verteidigung, da kann man auf jeden Fall echt unglaublich viel diskutieren, wer wo spielt. Ich habe jetzt hier erstmal in der ersten Elf sozusagen die drei Innenverteidiger Dietz, Michalski und Itter stehen, die meiner Meinung nach auch individuell die Stärksten sind. Aber man hat eben jetzt auch nicht nur eine fixe erste Elf, es wird Rotation geben, du hast 34 Spieltage vor der Brust, wo du logischerweise auch mal Verletzungen hast. Deswegen ist auch hier zum Beispiel klar, dass vor allem Meierhöfer und Gieselmann, die ich jetzt ja mal als Außenverteidiger habe, auch ernsthafte Startoff-Optionen sind. Gieselmann für die linke Innenverteidigerposition, vor Meierhöfer eben auch dann für die rechte Innenverteidigerposition. Ansonsten Mamdi plus Münz nochmal als junge Spieler und Gideon Jung als sehr erfahrenen. Bei den Schienenspielern ist auf jeden Fall Asta gesetzt und auch da haben wir eben dann auf der anderen Position viele Varianten mit eben Gieselmann, Meierhöfer, aber auch Julian, Julian Green sag ich schon, Roberto Massimo kann eben auch dort als Neuzugang spielen. Plus eben Cholanuklu, Wagner, die immer noch nochmal eine weitere Option da schon auf der linken Seite. Also daran sieht man, man kann gar nicht eine erste Elf irgendwo da festlegen auf diesen Positionen, weil du einfach so viele verschiedene Varianten hast. Die Doppel-Sechs geht auf jeden Fall an Konstbruch und Green. Du hast dahinter mit Kiyomorzoglu einen erfahrenen Spieler, plus Müller als nächstes Talent. Und ja, auch hier ist natürlich aber auch zum Beispiel ein Gieselmann nochmal eine weitere Möglichkeit. Die 10er-Position geht nun an Roberto Massimo, aber auch Doss, du hast durchaus flexibel gelöst, auch Branimir Rogota ist natürlich in der Variante, wenn Massimo mal auf den Schienenspielern-Positionen spielt. Der wiederum Rogota bildet dann die Sturmspitze mit möglicherweise Futkoi, vielleicht aber auch mit Srebreni, auch Popp hat sicherlich Chancen und wir haben auch noch weitere Talente. Denn in der Vorbereitung waren eben auch Faffenroth mit dabei, wir hatten Grimms mit dabei, zudem auch Nepflein oder Adile. Also da hat auf jeden Fall Sonnega die nächsten Talente direkt mal mit dabei und ich finde, dass diese Mannschaft echt super interessant aussieht. Vielleicht ist sie nicht die individuell stärkste der 2. Liga, den Anspruch hat man logischerweise auch gar nicht, aber es ist vor allem in der Abwehr eine extreme Flexibilität gegeben. Du hast unglaublich starke Innenverteidiger mit Dietz, mit Michalski, aber eben auch mit Itter und Jung, der auch seinen Job vollkommen solid und okay macht. Du hast flexibel auch so eine Abwehr mit Gieselmann, mit Meierhöfer, aber auch mit Roberto Massimo, der glaube ich richtig gut passen kann, zu Greuter führt und eben dann noch einfach die nächsten Talente, die an Bord sind und die natürlich auch Spielzeit sammeln wollen. Ich glaube, dass die Mischung auf jeden Fall weiterhin sehr gut passt und diese erste Elf auch echt was hermacht für die neue Saison. Natürlich haben wir aber auch gesehen, vor allem ein Blick auf das Mittelfeld und das Sturmzentrum, dass Fürts Kader jetzt nicht der größte ist. Wie gesagt, Zorniger arbeitet gerne mit einem kleineren Kader, damit eben auch dann eigene Gewächse Chancen haben zu spielen und der Kader bietet eben auch, finde ich, eine erneut sehr gute Basis. Man hat dabei eben auch bislang vor allem, oder nicht nur vor allem, man hat ausschließlich Talente an Bord geholt. Wie gesagt, mit Massimo war der älteste Neuzugang 23 Jahre alt. Asusi sucht auf jeden Fall noch weiter nach Neuzugängen als Manager. Im Tor muss auf jeden Fall noch etwas hinter Noll und eben dann Körper passieren. Da waren zuletzt Luis Eklatte und Moritz Schulze im Training. Beide sind vereinslos, wären auf jeden Fall sofort zu haben. Ich bin mal sehr gespannt, welche Entscheidungen dort noch getroffen werden. Aber auch auf der 6er Position finde ich es einen Ticken zu dünn, weil eben Kiyomotsuklu bislang auch noch keine wirklich große Rolle gespielt hat. Und auch wenn natürlich die Defensive flexibel aufgestellt ist, kann ich mir vorstellen, dass auch dort nochmal nachgelegt wird. Ähnlich auch dann im Sturmzentrum. Auch da wird sicherlich, wenn es Optionen gibt auf dem Markt, wirklich nochmal überlegt, ob man da nochmal ein neues hinzuholen wird. Wackelkandidaten in Sachen Abgängen ist auf jeden Fall zum Beispiel ein Simon Aster. Denn den hat man auf jeden Fall natürlich jetzt halten können durch die Vertragsoption. Aster selber kann sich aber auch einen Abgang, wie man hört, vorstellen. Da will man eben auch den Vertrag langfristig verlängern. Mal gucken, in welche Richtung es da noch geht. Aber auch Spieler wie Chandanuklu oder Kiyomotsuklu sind auf jeden Fall Spieler, die vielleicht noch gehen könnten. Denn sie haben keine allzu gute Saison gespielt. Sie haben relativ wenig gespielt. Sollte es dort Interessenten geben, kann ich mir eine Trennung auf jeden Fall vorstellen. Wir hatten über ihn schon mal ein bisschen gesprochen. Und jetzt auch nochmal ausführlicher. Kommen wir zum Trainer Alexander Zorniger. Der hat ja im Oktober 2022 das Amt entführt übernommen. Auch das ist mittlerweile schon fast eine lange Zeit in der heutigen Zeit. Zwei Jahre ungefähr jetzt Trainer zu sein. Und der hat die Mante damals nach dem Abstieg aus der Bundesliga nach einem sehr, sehr schwachen Saison übernommen. Und vor allem auch schnell wieder hingebogen. Denn Alexander Zorniger ist ein Trainer, der finde ich auch als Typ perfekt zum Verein passt. Er ist sehr erfahren in der zweiten Liga. Seine taktische Variabilität hilft enorm. Und vor allem hat er auch ein super Verhältnis zu seinen Spielern. Also er kann eben auch Talente entwickeln, neben dem sofortigen Erfolg, den auch einfach Fürth gebracht hat. Und deswegen paart er sehr viel von dem, was Fürth hilft. Und ist eben auch ein super erfolgreiches Duo mit Azuzi. Beide vertrauen sich auf jeden Fall sehr. Trainer und Manager, beide arbeiten auch in der Kaderplanung eng zusammen. Und das ist auf jeden Fall auch eine erneut sehr, sehr gute Basis für die neue Saison. Sein Vertrag läuft auch noch zwei Jahre bis 2026. Und es gibt auf jeden Fall überhaupt kein Anzeichen, dass sich daran im negativen Sinne irgendwas verändern wird. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir irgendwie über Zorniger diskutieren müssen während der Saison. Zorniger und Fürth, das passt einfach richtig gut zusammen. Abschließend ist aber natürlich noch die Frage, was kann man denn nun von der Spielvereinigung aus Fürth erwarten? Und Fürth ist ja ein Verein, der immer und immer wieder eine wirklich gute Rolle in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Und ich erwarte auch Ähnliches in der neuen Saison. In erster Linie will man auf jeden Fall nicht in den Abstiegskampf hineingezogen werden, damit man eben auch Talente in Ruhe entwickeln kann. Das ist ein ganz wichtiger Baustein von Fürth. Und deswegen halte ich auf jeden Fall einen erneuten einstelligen Tabellenplatz, sprich Platz 9 aufwärts für eine erfolgreiche Saison und dem auch dann für eine passende Zielsetzung. Sollte man 10., 11., 12. werden, wird das sicherlich auch nochmal passen. Aber ich denke mal, in dem Rahmen wird man sich auf jeden Fall orientieren. Der Kader ist aber trotzdem grundsätzlich schon schwächer geworden. Man hat eben Leistungsträger, Stammspieler verloren. Wie sie, Pardar, die Ubeck, Lemperle, Wagner, Petkov, auf die alle jetzt erstmal weg sind. Sonniger kann aber auch das eben mit den nächsten Talenten auffangen. Das halte ich auf jeden Fall für realistisch. Und deswegen schätze ich, führt ein Ticken schwächer ein als in der Vorsaison. Ich glaube nicht, dass sie auch oben mitspielen werden, aber auf jeden Fall so, dass sie erneut eine solide Saison spielen können. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu Fürth in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, in welche Richtung kann es jetzt in der 2. Bundesliga gehen. Dann seht ihr schon, geht es im nächsten Video weiter, was heute bereits online kommen wird mit Eintracht Braunschweig. Das nächste Team also hier bei uns im 2. Liga Check. Damit nähern wir uns natürlich aber auch immer mehr dem Ende. Wir sind jetzt schon bei Folge 14, die wir abhaken können. Checkt also gerne auch alle weiteren Folgen ab, die schon kamen, die noch kommen werden. Es gibt ja auch noch meine große Prognose mit meiner Abschlusstabelle plus auch noch die YouTuber-Prognose, wo ich einige Kollegen eingeladen habe, die mal ihre Meinung sagen können zur 2. Liga. Also es werden euch noch weitere Videos erwarten zur neuen 2. Liga Saison. Dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.